Wenn wir die Runde for real gewinnen, dann sind wir Top 100 Oh mein Gott, big! Oh mein Gott, big! Oh mein Gott, big! Nein! 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 Go, go, go! Alter, alter, alter! Let's go, man! Big player, Junge! Falls ihr auf dem Kanal seid, Abo und Like nicht vergessen, direkt erste Runde Highlights, let's go, wir kommen mit Ansage, Top 100 White, white, dead white Ja, komm, lass auf den Kommt da Dead, 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 go Ich schieke auf Ich schieke auf Ich schieke auf Zwei Leute bei mir Hab einen, aber einer dauer Hey, komm, 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 bitte Ja, oh mein Gott Ich schieße auf Sag, wenn du ältest Er ist unten Hab ihn Schön Timmy, wo bist du? Echt unten? Ich bin in meinem Film hier unten Haha Alter, 50er Hit! Ja, sorry, ich war glaub, wie ist es in meinem Film Über mir Ich hab ihn Über mir war Crack, 80 dead Nice Oh mein Gott So ein Laser Controller Player Mach mal Bouncy jetzt hier Ja, man ja Okay On meet, 28 She cracked Hab ihn Ne, hab ihn nicht Lost Okay, jetzt hab ich ihn 24er Junge, was geht ab, Alter Let's go, Mann Das miß die gute Runde Ich hoffe, hat jemand mit ner Halbplatz Schwarz ist sein Vater Boah Junge, also mein Aim ist grad wirklich insane Ich hab ihn so geklippt, ne Holy Boah Junge Nice, Mann GG's, Alter Oh mein Gott Der ist one, der ist one im Auto Oh, hab ihn, hab ihn, let's go Oh, sehr nice Der fährt weiter Irgendwie Oh, 46er Headshot Ich sag doch Erik weiß noch bei dem einen Video Gottlos.com Gottlos.com Jenga, ich hab ihn grad Gottlos.com gelasert Hättest du das gesehen? Ich bin mit AI in seine Seele rein Der, die Turtlen hier halt wirklich Hast du Rocket Launcher? Mach mal rein jetzt hier Ich hab nur noch einen Schuss Ah, okay, dann heb auf Oh mein Gott, wir haben ihn so hoch genommen Bro, das ist diese Chemie so, weißt du Wir sind eine Seele, Digga Sehr schön Du hast geschossen, ohne, ohne was zu sagen Ich hab, boah Nice Der läuft hier Wide, 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 Wide Ich geh rein in ihn Du machst das, oder? Ja, hab ihn Nice Oh, man hat nur ein Sechziger war's Ich wurde Headshot von hinten Wo bist du? 35 Er ist auch finish gegangen, egal Ihr macht das schon, Jungs So, Unlucky Es, Wide, Es, Wide Ab, ich geh rein, ab, ich geh rein Einer kriegt Eine Auto Geh hoch, lohnt nicht, geh hoch, geh hoch Einer dead, einer dead Lohnt nicht, Bro, lohnt nicht Ich hab noch einen noch Ich hab noch einen noch Ah, du wirst das Hast du ihn? Ich hab 20 Mets Komm hoch, komm hoch, ich kann dir was geben Er kann nicht mehr bauen, er kann nicht mehr bauen, Bro Du musst zu ihm runter, hinter ihm Hinter mir Laser? Mit dem? Rufen sich, rufen sich, rufen Ja Du musst runter zu ihm gehen Ich wurde sniped Warte Wir wurden alle drei gesniped Aber ey Soll ich euch was sagen Nach zwei Runden 76 Punkte ist insane Ich glaub wir sind Top 100 Ja Irgendwie Bro, ich bin mit blauer AK drauf Es hittet nichts Ich werd von der Seite irgendwo geholt, Mann Egal, es war die erste Runde, die wir gefroht haben Wir sind eh gut in der Zeit Was heißt gefroht? Wir haben sogar ganz gut Punkte gemacht Ein, zwei, ohne Dead, einer Und ein 215er Au, ein, One-Shot Ah, er wurde geklaut Er wurde so geklaut Ich hab nen Rank-Shot gehabt Aber ich wollt die klauen Ich werd geholdet So dreckig von denen Einfach meinen Kill geklaut Wo ist mein, ne? Ey, ich kann die Unterballern Chillt mal mit dem Team Jetzt reicht's mir länger Ja, könnt ihr irgendwas machen? Die dreckigen Ich hab keine Sniper nix, Junge Hier liegt ne Sniper-Break Oh, 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 oh Guck hier bei mir Komm 315er Drei, alle drei Komm, 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 komm Sack, wach Simbilar Wach Simbilar Wach Simbilar MC Bilal Emotional MC Bilal, der legiert Alter, Alter Was will der? Was will der? Der ist die beste Sniper der Welt Der ist die beste Sniper der Welt Los, 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 los Los, los, los Los, los Guck mal, komm, komm, komm Oh mein Gott, wir haben Big und Agent Ausflug 2-0 Apo, Apo 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 LED Apo 26er Der ist solo, der ist solo Das ist nicht unsere Runde, das ist deine Runde. Das ist deine Runde, Bruder. Apo LED. Ja, ja, normal, Bruder, ich bin der Beste. Ich hab dir doch gesagt, ich hab Apebot erfunden. Bruder, wenn du gesehen hattest, wie ich ihn wieder gelasert hab, das geht schon wieder los. Nächste Runde. Neue Ausgabe. Jungs, das ist unsere Runde bei Gottschalker, wir haben High Ground Fest. Komm schon, Bro. Ja, ja, ja. Das ist easy win. Er sniped. Die Seiten. Ja, ja, pass auf. Bleib hoch, bleib hoch. Oh, White, 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 White. Walter, White. Walter, White. Bei dir, Luca, bei dir, bei dir. Chillig, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben genug Mets. Ich hab noch 600. Ja. Ich bin noch bei 1.000, ich bin bei 1.000, ich bin still nicht. Wir müssen ein paar anhitten und dann sterben die bestimmt an der Sonne oder so, keine Ahnung. 30. 50, ding. Ich connecte mit dem. 15er, 30. Ich bin still, ich bin still. Stimmt, ja. Ah, nein. Der connected, der connected. Oh, Ingolch kriegt unnormal Schaden. Ich will nicht alle holen. Ja. Äh, noch, noch, noch. Nice. Ich komm wieder hoch. 50 Mets. Quick. Set. Soll ich dich machen? Bro, du hast mich... Oh, mein Gott. Nice. GG's. Komm, stopp. Stopp an dich. 109er Hitsch. Oh, sehr nice. Sehr nice. Da fickt er den. 41er Headshot. Ey, der connected. Ich hab's auf dich. Wir nerven die so sehr. Aber die geben halt auch nicht auf. Weißt du? Ich würd halt so übelst heulen, wenn ich so getargetet bin. Bro, ich heul gleich, weil wir an der Zone sterben. Okay, na, hier ist Auto. Ich hab noch zwei Mini-Kids. Ja, hier ist auch Auto. Unter mir ist einer. Ich hab Lamburger, ja, du kommst. Lamburger. Ey, der reicht jetzt. Reicht jetzt. Hallo. Ey. Ja, hab ihn. Oh mein Gott, du hast dich in den. Mann, das war mein letzter Schuss. Hab so einen Laser, let's go, hab ihn. Sehr schön. Jungs, ich hab richtig Bock zu pushen, kommt jetzt Brickgebäude. Hier kennst du nimm Dings. Hint da uns, hint da uns, hint da uns. Nein, wir gehen jetzt ins Brickgebäude, da ist ein Solo. Pass auf, du bist alleine, Bro. Ja, und? Ich hab ihn. Okay, lass weiter, lass weiter, ich hab Bock. Hier, hier vor uns, vor uns. Hier drin. Ja, genau. Diesen Einschuss. Schau, ich pull Box. Schick weg. Oh mein Gott, du geschnittenst. Eier, aber Crank. Ja, ja, geht sehr gut. Alles easy. Gar nichts mehr easy. Ich bin selbst, ich bin selbst. Nein, du lebst, du lebst, Junge. Lebst, 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 lebst. Warte, wir wissen jetzt nicht. Ey, hier war's aber Dings, äh, hat man noch einen Fisch von euch? Ne. Oh, Matt. Er ist hier unter mir. Boah, er ist so gut. Er ist so gut, er ist so gut. Wenn du mich jetzt rebootest, ich küsse dein Herz. Das schaffst du niemals, Bro, egal. Oh, nein, ich schaff's niemals. Nein, chill doch. Er ist der Beste, ich sag doch, er ist der Beste, Bro. Er ist der Beste. Oh mein Gott. Er hat uns alle drei hochgenommen. Ich bin da, Wendung, ich brauche raus. Ja, ja, ja. Gott, ich hör auf. Geh, ich steig in sein Auto ein. Ich steig ein. Habibi. Habibi. Ja, das war's. Oh, Junge. Egal, die Runde hat Bock gemacht. Wir haben auch gut Punkte gemacht. There's one. Let's go. Nice. Ich hab ihn. Die kommen, die kommen. Sollen wir hike runnen? Ja, die auch nach. 35er Hit. Die wollen hike, die wollen hike. Kommt hoch. Ich komm hoch. Die boxen, die boxen. Alter, Nasio. Einer, einer. Einer, mich ist richtig. Er ist unten. 37. Der hat, äh, äh, der ist schiefkriegt. Einer ist bei mir. Ja, ich will zum beiden. Ja, hä? Ich kann ihn schießen. Egal, wir hatten eh nur noch 10 Minuten Zeit. Irgendwie Punkte möchte ich zählen. Fast sie nie. Wir wollten eh gleich stecken. Ah, ja. Einfach noch auf. Bisschen Zeit stecken. Komm. Oh mein Gott, weg. Oh mein Gott. Stehen wir nicht. Sehr, nein. Schön. Das ist genug, meinst du? Oh mein Gott. Gib mir nicht. Nein. Nein. Bruder. Fisch, fisch, fisch. Sehr schön. Danke, bro. Sehr schön, Bruder. Was läuft bei dir? Ja, ein bisschen Kokilmente machen. Der macht das doch real gut. Der zeichnet sich schön, Bruder. Der zockt wie ein König. Komm, komm, komm. Alter, alter, alter. Let's go, Mann. Ich mach dich, meinst du. So, Bruder. Nein. Big Player, Junge. Ich glaube, die haben kassiert. Habe ich die gerade wirklich 1v3'd? Du hast die gelöscht, Junge. Ja, kann ich nichts machen. Egal, wichtige Punkte geholt. Ja, letzte Runde jetzt. Wenn wir die Runde for real gewinnen, dann sind wir top 100. Das ist halt schon crazy. Vor allem, wir spielen zum ersten Mal zusammen. Und wir waren nicht mal so gut. Auch Sniper im Mund von jemandem. Hat er ein bisschen? 105er Hit, let's go. Oh, ist auch. Big Zone. Dem viele Gespräche, hörst du, die Steps nicht von den Gegnern. Der bleibt da oben. Egal, was passiert, bleibt oben. Nein, der ist von... Ich hab was connected wieder mit dem Berg. Wir müssen eigentlich auf die drüben Auge machen. Schau mal, wie viele da jetzt sterben werden. Das ist insane, wie viele dort die in. Oh mein Gott. Let's go. Aber ich hab ihn. Let's f***ing go. Finish him, finish him. Komm, komm, komm. 30? Vergau, vergau, sieben von hinten. Ich hab den Kill bekommen. Oh mein Gott, das ist so laut. Das war so ein wichtiger Snipe. Ich hör nichts mehr. Wie genau ist das denn? Das ist ja wie ein Wester, Junge. Digga, so ein Stack der Lobby. Ey, Jungs, wenn wir das gewinnen. Ja, wenn wir das gewinnen, wär crazy. Ja, bau ein bisschen vor. Ey, wie gerne hätte ich jetzt mehr Eier-Armonie. Einer, zett, einer, zett, unten. Komm, 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 Bro. Ich bin bei Erik. Einer, she, Craig. Wo seid ihr? Ich bin bei Erik. Wir sind hier ab. Mein Gott, Ding. Wir haben Weges. Ein 215er. Ah, er wurde geholt. Junge. Ich hab keine Arme nicht. Ich bin noch ab. 60? In einer Box? Nutze, Nutze. Schön, wichtig. Schön, schön, schön. Armon, hast du? Nein. So, 200. Warte, ich muss. Nein! Was hab ich gemacht? Egal, ihr überlebt es, komm. Komm, ne, Blüter, komm schon her. Das war schon wieder so dumm, Alter. Ich dachte, oh mein Gott. Ja, aber ich hatte doch voll viel Green Life. Nein. Ich hab gar nicht drauf geachtet, weil ich so fokussiert war. Egal, ihr macht es. Ey, das nervt mich gerade so sehr, dass ich tot bin. No, ich hab einen. Let's go. Ich geh halt mal. Schön, bro. 61? Geh mal hoch zu Dings. Ich hab echt mal. Ich hab noch 170. Jungs, geht auch Placement. Geht auch Placement. Kill um, kill um. Wir sind gut, wir sind gut. Luca kann noch einmal bauen. Edi kann noch 14 mal. Danke, danke, danke. Ihr könnt noch 14 mal zusammenbauen. War so, war so. Geht in den rein. Der ist gedroppt, der ist gedroppt. Der ist gedroppt. Erik kann nur noch einmal bauen und du kannst noch fünf mal bauen. Erik, keine Metz, du noch vier mal. 30. Noch dreimal. Ich schluck runter, bleib um. Er kann auch nur noch einmal bauen. Ihr müsst in den rein. Schön, Junge. Hol die Metz, hol die Metz. Zwei Leute noch, komm. Das macht ihr, Jungs. Einer noch, einer noch. Einer noch, der geht heel los. Wir müssen die keen. Ja, ja, der ist da. Let's go, Jungs. So stark, Mann, Alter. Sehr geil. Digga, als ob wir die Lobby gewonnen haben. Falls ihr mehr Cup-Videos sehen wollt, allgemein, dass ich noch mehr in Competitive Ryan grinde, dann lasst ein Like da. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Neben meinem Kopf kommt ihr den letzten Videos. Checkt die Jungs auf jeden Fall auch ab in der Beschreibung und tschüss.